Wir sind MamaMotion, Ausrüster für Mamas und Papas. Wir haben einen Onlineshop, www.mamamotion.de und ein Ladengeschäft in Hannover. Und deshalb sind wir auch heute auf der Infallino in Hannover mit einer kleinen Auswahl unseres Sortiments. Ja, bei MamaMotion finden junge Eltern alles rund ums Baby tragen. Also in erster Linie natürlich erstmal die Tragesysteme. Da haben wir eine sinnvolle Auswahl aus dem riesigen Markt, den es mittlerweile gibt. Es ist wirklich schwierig, sich da noch zurecht zu finden, gerade für Eltern. Da haben wir eben verschiedene Systeme, die halt auch ab Geburt geeignet sind und dann aber auch für größere Kinder und so weiter. Da gibt es ganz schlaue Tragen, die die Vorteile von dem Tragetuch mit dem eines schnellen Rucksack-Prinzips verbinden. Und bei all dem beraten wir halt die Eltern. Die können, wenn sie in Hannover sind, einfach in unseren Laden kommen und Sachen ausprobieren, aber auch die Sachen online bestellen. Da sind wir ganz flexibel. Ja, und wenn man sein Kind tragen möchte, dann muss es nicht immer das klassische Tragetuch sein. Es gibt mittlerweile ganz komfortable und schnelle Möglichkeiten, sein Kind zu tragen. Zum Beispiel mit so einem, ja, mit so einer Tragehilfe. Die zeige ich jetzt einfach mal. Die ist mit wenigen Klicks angelegt. Man hat hier den Hüftgurt. Den legt man sich um, dann nimmt man das Kind vor den Bauch, setzt es einfach in die Trage, legt sich die Träger um und schon ist es im Beutel und es kann losgehen. Das ist also viel schneller als ein Tragetuch zu binden für Eltern, die da nicht so die Vorlieben haben. Eine gute Alternative. Und ja, das ist ein kleines Beispiel für so eine neue Tragehilfe. Mittlerweile, wie gesagt, ist der Markt riesig groß und es gibt jede Menge Auswahl. Auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, mit dem Kind unterwegs zu sein. Total bequem. Man sieht es zum Beispiel auch hier auf der Messe. Es sind ganz viele Leute mit Babytragen unterwegs, was wir sehr gut finden. Das passende Tragesystem zu haben, ist ja die eine Sache. Das Kind ist dann zufrieden und man ist glücklich. Und dann ist halt die Frage, was passiert. Man möchte ja auch mal rausgehen. Und da gehört einfach die passende Tragekleidung dazu. Denn das Kind muss ja warm gehalten werden und die Jacke ist in der Regel nicht mehr zu schließen. Und da kommt dann unser Produkt, kommen ja die Jackenerweiterung ins Spiel. Die sorgt für die fehlenden Zentimeter, die Jacke dann zu schließen. Das ist dann halt wieder möglich. Ich zeig das mal hier eben. Dann wird einfach mit dem Reißverschluss der Jacke verbunden. Und das Kind ist schön warm, gut eingepackt. Und es geht vor allem schnell. Also man kann einfach seine Jacke ganz normal anziehen, geht raus und allen geht's gut. Diese Jackenerweiterung ist ein modulares System. Das heißt, die Erweiterung selber ist immer gleich. Die hat hier grüne Reißverschlüsse. Und dann kommt der Reißverschlussadapter an jeder Seite. Und der hat an der äußeren Hälfte, an der Außenseite, hat er den passenden Reißverschluss zur eigenen Jacke. Das heißt, die gleiche Jackenerweiterung kann für viele verschiedene Jacken verwendet werden. Der Papa kann zum Beispiel mit seiner Jacke tragen. Es gibt keine Ausrede mehr, dass das nicht geht. Ja, und man ist einfach gut ausgerüstet. Und tragen wird dadurch halt zu einer runden Sache und zu einer praxistauglichen Sache. Und das ist halt unser Ziel bei der ganzen Geschichte. Diese Jackenerweiterung ist auch schon in der Schwangerschaft verwendbar. Und dabei auch total praktisch. Sie erspart nämlich der Mama das Kaufen einer neuen Umstandsjacke, was meistens ziemlich nervenaufreibend sein kann. So ist der Bauch gut eingepackt. Und der Zusatznutzen kommt dann halt noch beim Baby tragen. Dann kann die Jacke nämlich einfach weiterverwendet werden. Und das Kind kommt mit unter meine Jacke. Unter die Jacke. Aber Kumja steht für komm unter meine Jacke. Baby tragen ist Trend. Das merken wir in unserem Laden in Hannover. Und darum wird es auch bald einen weiteren Laden in Hamburg geben. Wir merken, es ist der Bedarf da. Eltern wollen ihre Kinder tragen. Und das sollen sie auch. Und in Zukunft werden sie eben auch in Hamburg eine nette Anlaufstelle haben, um ihre Ausrüstung zu kaufen. Nämlich bei Mama Motion. Das gesamte Sortiment gibt es auch ganz genauso online. Kumja die Jackenerweiterung lässt sich super einfach bestellen. Und ansonsten haben wir noch einige andere sinnvolle Produkte in unserem Onlineshop. Zum Beispiel solche Edelstahlbehälter oder auch Babyflaschen. Wir gucken da ein bisschen auf Nachhaltigkeit. Nicht auf Masse, die die Eltern kaufen, sondern auf Qualität. Und diese Fläschchen, wie gesagt, wachsen mit mit der Entwicklung des Kindes. Das alles online unter www.mamamotion.de. 24 Stunden erreichbar und in Deutschland versandkostenfrei.